Herzlich willkommen im Maschinenparadies. Heute möchte ich euch mal unser Arbeitstier vorstellen. Keine Angst, das bin nicht ich, sondern unsere Sunrise 45K, ein wahres Kraftpaket, ein wahres Arbeitspaket mit 45 Tonnen Stanzkraft. Kompakt in den Abmessungen, passt in jede Schlosserei, in jeden Metallbaubedieb. Wir haben eine Stanzleistung von 45 Tonnen, mit 45 Tonnen schaffen wir locker 22 Millimeter rund in 15er Material oder Maximaldurchmesser in der Standardausstattung rund 40 Millimeter in 8er Material. Bei Flachstahl sind wir auch gut dabei mit 300 x 10 oder Winkelschere mit 75 x 75 x 6. Die Stanzstation verfügt über einen teilbaren Stanzstisch, kann ich vorne wegnehmen, so dass ich auch leicht Winkelstahl am kurzen oder langen Schenkel an der Maschine am Stanzstisch vorbeiführen kann und leicht stanzen kann. Wie zu Beginn erwähnt, hat die Maschine auf der anderen Seite auch eine Ausklinkstation. Zum Ausklinken stellen wir den Schlüsselwahlschalter auf Ausklinken. Diese Schaltung erlaubt uns, dass wir den Schutz auf der Seite öffnen und wir können frei aufs Werkzeug Ausklinkungen vornehmen bis in die Wurzel zum Beispiel unseres Profils hier. Dann haben wir auch hier eine saubere Ausklinkung über unsere zweite Station. Aufgepasst, die Maschine verfügt über einen Arbeitszylinder und der Werkzeugträger bewegt sich auf beiden Seiten, auf allen Stationen gleichzeitig nach unten. Deswegen auch die Sicherheitsausstattung. Würden wir jetzt auf Stanzen sein auf der zweiten Seite und der Schutz ist hier offen, so fährt die Maschine nicht nach unten und ist elektrisch verriegelt. Erst nach Schließen der Schutzeinrichtung auf der Ausklinkseite lässt sich der Stanzhub für die Stanzseite wieder auslösen. Werfen wir mal einen Blick in den Schaltschrank. Dazu muss natürlich der Schalter aus sein. Können wir aufmachen. Ah, super. Hier haben wir auch gleich die Bedienungsanleitung, die da versteckt ist. In deutscher Sprache ist ja klar. Bedienungsanleitung und Ersatzkanist. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Ansonsten haben wir hier unsere Zeitrelais. Für was brauchen wir ein Zeitrelais? Die Maschine ist ausgestattet mit dem elektrischen Kontaktanschlag, damit dieser hoch verzögert und genau ausreicht wird. Ansonsten haben wir hier nur Qualitätskomponenten verbaut. Schwerpunktmäßig Telemechanie. Dann schließen wir das Ganze. Schalten die Maschine mal an. Hydraulikpunkte an. Und das Schätzchen fängt an zu drüben. So, in der Mitte ist, wie gesagt, unsere Flachstahlschere, ausgestattet mit einem Elektro-Kontaktanschlag. Da können wir aussuchen, ob wir einen manuellen Fußschalter auslösen oder auf den Kontakt gehen. Ich sage jetzt mal, wir gehen auf Automatik, sodass wir bei Berührung unseres Materials mit dem Kontaktschalter automatisch einen Schnitt auslösen. Schön gerade. Weil der Zylinder der Maschine direkt über der Schwerstation sitzt. Wir haben jetzt davon einen sehr flachen Schnittwinkel am Messer. Das Messer steht sehr flach im Winkel und sorgt dafür, dass wir einen sehr präzisen Schnitt haben. Dann schalten wir mal um zur Winkelstahlschere. Die können wir entweder manuell oder auch über den automatischen Luftauslöser machen. Hier können wir das aber noch einmal. Einfach einführen, Niederhalter nach unten und dann mit der Schwerstation auslösen. Und wir haben hier auch einen sehr sauberen, gradfreien Schnitt. Wenn wir dann an unsere Stanzstation gehen, schalten Sie hier auf Stanzen im Schlüsselwahlschalter und können dann zugleich unser Material leicht in der Schiene halten und in Hand unsere Löcher gestanzen. Der Stempelwechsel geht sehr einfach von sich. Wir machen einfach die Klappe auf, die übrigens elektrisch verriegelt ist, dass wir alle sicherheitsverfahren einhalten können. Stanzwechsel. Stanzwechselwechsel ist relativ einfach. Schnellverschluss. Hier bis 40 Millimeter. Neuer Stempel rein. Wieder unten in die Mischke einführen. Leicht verdreht. Klemmen. Dann können wir mit dem Schlüssel noch etwas nachziehen, damit das leicht ausbinden wird. Im Lieferumfang dabei für Stanzen Reduzierungen für Stempel 3 bis 15 Millimeter. System in der Reduzierungen bis 40 Millimeter für Stempel 14. Auch dabei eine zusätzliche Abspfeiferplatte für die kleinere Klappe. Jetzt sind wir auf der Maschinenrückseite angekommen. Hier sehen wir zum einen die Hubhöhlenverstellung. Hubbegrenzung nach oben und nach unten, um einzustellen, wie weit das Stanzwerkzeug der Stempel in die Matrize eindringt oder wie weit die Flachstahlmesser nach unten fahren. Lässt sich hier über diese Schalter individuell regeln. Hier sieht man auch unseren 1000 Millimeter Elektro-Kontaktanschlag. Mit dem Näherungsschalter, der hier verbaut ist, einstellbar über die Skala, lassen sich hier leicht Geländerstäbe jeder Art von Stabstahl schnell und einfach schneiden. Wie das funktioniert, zeige ich euch kurz mal. Ich schalte wieder die Maschine ein. Die Automatikbetriebe, führ mein Material ein. Und ruckzuck hält das Material eins nach dem anderen aus der Maschine. So einfach ist es. Zu guter Letzt noch ein paar Hinweise zur Bauart der Maschine. Wie ich euch zu Beginn erklärt habe, hat die Maschine seinen Arbeitszylinder in der Mitte. Das heißt, wir haben ein physikalisch optimales Kraftverhältnis zur Übertragung der Zylinderkraft. Zum einen auf das Schneidmesser, das sehr flach eingebaut ist mit einem sehr flachen Schneidwinkel. Auf der Standseite haben wir einen tollen Blick auf das Werkzeug. Wir haben eine große Scheibe, eine gute Sicht. Wir haben zu einem für diese Maschinengröße große Einbauhöhe. Einen universellen Tisch mit zwei T-Nuten, der es uns erlaubt, auch schnell Sonderwerkzeuge einzusetzen an der Maschine. Ich hoffe, unser kleiner Film hat euch gefallen mit einem Einblick in das Maschinenparadies, was wir hier so zu bieten haben. Die Sandras 45K, ein Arbeitstier, wie versprochen. Ich glaube, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, was die Maschine kann. Würde mich freuen, wenn ihr hier ein Like da lasst oder einfach in der Maschinenbeschreibung den Link antippt auf unserer Internetseite. Gerne versorgen wir euch mit weiteren Informationen. In diesem Sinne, macht es gut! Wenn wir uns nicht überлично schließlich auf T-Nuten kommen, in einem einen Karten einfach zu nehmen, Wenn wir keine hüаниere, schiefen, 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 schiefen. Ich bin ein Schiefen, werfen. Ich bin ein Schiefen, ich bin ein Schiefen. Ich bin ein Schiefen, das oder eine Schiefen. Ich bin ein Schiefen, wenn man eben ein Schiefen besitzt. Und ich bin ein Schiefen, das mache ich hier also.